hallo und herzlich willkommen zum adventures friday wir spielen das spiel heroes of the storm und ich gehe mal gleich in spiel schnelle suche mit diablo mal schauen wie ich mich diesmal mit diablo schlage gegen spieler ich hoffe mal ganz gut klappt ja nicht immer so gut aber manchmal ja wie lange dauert denn die suche heute zwei minuten mal wieder so wie immer aber meistens ich hoffe wir kommen auch in einer schönen arena rein am liebsten mag ich ja die mit den geuzern wie mit den piraten mhm so dann geht es jetzt los ach ne das war auch die mit dem fluch oh zwei gruppen und hier nicht eine das sieht natürlich dann übel aus wir haben alle mal dieses face würde ich gerade sagen dieses bild und ich das von pandaria hm ich glaube ich muss noch mal ein bild ändern wenn ich nicht wieder vergesse wenn ich nicht wieder vergesse so gammtchen gammtchen so viel habe ich mit den gar nicht mehr gespielt ich glaube der war auch in level 5 gewesen ok dann gehe ich nach oben und ich hoffe aber nicht allein verwendet regeln in den schwein erhöht die lebensregeneration das ist auch ganz wichtig 10 sekunden 5 4 3 2 1 dann hätte hier Belebungskosten von schwarzen Seenstein und erhöht die Reichweite von 10 sekunden 5 4 1 2 5 5 5 5 6 6 6 7 9 6 7 8 10 10 11 13 15 15 ob sagt das ist weit Na ja, war doch klar, ich brauche einen Fan-Kämpfer hier hinten Ja, ich brauche einen Fan-Kämpfer hmmm, wacke mir mal nach. Machen wir mal mit Flang und schauen, was passt denn so. Gewährt Lensfunktion und Mana, wenn Gegner in der Nähe ist, sterben. Feuerwehr, jetzt Zeug und Schadensraum. Ey, geht wieder runter, Leute. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. So. Schnell einsammeln. Ich denke mal, dass für mich sehr wenig Punkte Ich denke mal, dass für mich sehr wenig Punkte Ich eigentlich immer nur hin und her rin. Rennen auch weg, Junge. Ich vergesse mal, die Person anzuklicken. So, jetzt aber. Eigentlich könnte ich gleich, na, ich nicht. Ich bin ein Tank. 덕貝, wo ich nicht darf. Ich bin ein Tank. Genau, dass einige 가서 geht, nicht sorry. ist So, was machen wir da jetzt, weil die Gegner nicht so schaden können wir sie sehr flüssig nehmen. So. Blutrausch. So, jetzt haben wir es aber ganz schön in Bedrängnis geraten. Das müssen wir eigentlich gleich so weitermachen, erst mal oben den Rahmenkorb einsammeln. Na gut, die wollen da lang, dann gehen wir da lang. Das Ende ist nah. Wo macht das denn? Los, go go go! Gehen wir jetzt auf dem Feuerring hier. Gut gemacht. Komm ich höre jetzt hier den nächsten NPCs. Wo sind da durchmaschinen? Ich will meine Fähigkeit noch gar nicht freuen. So, und da bin ich gleich wieder. Ich brauche Leben. Doppelkill. Eine perfekte Attacke. Ich muss mich zuhören. Was? Gut getötet. Ach Mist, hat er mich doch noch gekriegt. Und, yeah. Entschuldigung, mach die hier schnell. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Geh, 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 geh. So. Ach ja, wenn man tot ist, ist es auch mal so ganz schön. Leute jetzt zu schauen. Ich sehe nur noch die Mitte eigentlich. Sehen da oben schaffe ich nicht alleine mit dem Boss. Aber diese NPCs hier, die kann ich ja schon mal platt machen. Geh, 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 geh. Gewonnen. Good game. Ja, und das war mal meine Runde mit dir, Ablo. Und ich habe gewonnen. Yeah. Aber ich denke mal, ich war mit einer schlechtesten dort. Dann würde ich jetzt mal nachschauen. Statistik. Juh, ich war der schlechteste. 9000 dps. So wäre die Reihenfolge. Also ich gehe mal nach den EPs. Weil, daran sieht man ja, wer viel Schaden gemacht hat. Ist halt alles zusammen irgendwie so ein bisschen. Na gut, ich war schlecht. Aber ich habe gewonnen. So. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und wiedersehen. Tschüss. Ciao. Wollt.